Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr euch das Video anschaut und ich hoffe sehr, dass die letzten Videos euch zumindest ein bisschen geholfen haben, euch mehr mit der Bibel zu beschäftigen und eure Bibellese mehr in Richtung Bibelstudium zu verändern. Ich freue mich über das Feedback, was ich bekommen habe von manchen. Vielen Dank nochmal dafür. Heute habe ich wieder etwas vorbereitet, was relativ kurz ist, aber doch wichtig. Es geht einmal um Kontext, aber zum Zweiten geht es auch darum, dass oftmals Verse sich gegenseitig dadurch auslegen, dass im ersten Vers ein Begriff zum Beispiel steht, der schwierig zu verstehen ist oder ein Satz, der schwierig zu verstehen ist. Aber im zweiten Vers wird das Gegenteil beschrieben und so kann man darauf schließen, was im ersten Vers gemeint ist. Okay, gehen wir direkt ins Eingemachte, also der Vers, um den es heute geht, den kennen bestimmt viele von euch, das steht im ersten Johannes Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Und ich lese den Text erstmal vor, ich benutze hier, wie ihr seht, die Elberfelder Übersetzung. Da steht folgendes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Okay, super Vers, keine Frage, aber es ist doch schwierig zu verstehen, was er genau damit meint, wenn er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, ist schwierig zu verstehen, was genau meint er damit. Meint er damit, dass man auf die Idee kommen könnte, zu sagen, ich bin sündlos, ich habe keine Sünde, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Gerade als Christ, denke ich mal, ist das eine Sache, die keiner von uns tun wird, sondern jeder von uns merkt regelmäßig, dass er sündigt. Aber was genau meint er damit, wenn er sagt, dass wir sagen, dass wir keine Sünde haben? Also die Frage ist, was genau meint er damit? Wir wollen genau wissen, was meint er damit? Und jetzt gehen wir einfach hin und schauen uns mal den zweiten Vers an. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und so weiter. Also hier haben wir das Wort bekennen. Und das Wort bekennen hat ja auch ein Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von bekennen? Das Gegenteil von bekennen ist verheimlichen. Also bekennen heißt nichts anderes, das zu sagen, das zuzugeben, was Tatsache ist. Wenn ich gesündigt habe, dann bekenne ich meine Sünde, dann gebe ich meine Sünde zu. Und hier haben wir im zweiten Vers die Erklärung dafür, was im ersten Vers vielleicht auf den ersten Blick schwer zu verstehen ist. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, bedeutet ganz einfach, wenn wir unsere Sünde verheimlichen. Weil das Wort die Erklärung dafür ist, was hier oben gemeint ist. Weil es das Gegenteil ist. Im Vers 8 sagt er etwas, was getan wird und falsch ist. Und im Vers 9 erklärt er aber die Lösung. Was das Gegenteil ist, um aus dieser Situation, dass die Wahrheit nicht in uns ist und dass wir uns betrügen, aufgelöst wird. Also Gott schenkt ja immer einen Ausweg. Also zusammenzufassen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, ist auf den ersten Blick schwer zu verstehen, was genau meint das. Und im zweiten Vers haben wir dann, wenn wir unsere Sünde bekennen, das Gegenteil. Und somit bedeutet es, wenn wir unsere Sünde verheimlichen, dann betrügen wir uns selbst und leben nicht in der Wahrheit. Oder die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also was ziehen wir uns daraus? Manchmal haben wir Verse, die zusammengehören und schwierige Aussagen, die auf den ersten Blick schwer zu verstehen sind. Und dann sollten wir danach suchen, ob es vielleicht eine Erklärung gibt oder eine Lösung gibt innerhalb des Textes für das Problem, was davor genannt wird. Und genau das ist hier der Fall. Okay, es gibt auch ein Beispiel dafür, dass das noch belegt, dass das wirklich hier so gemeint ist. Und zwar, diese Geschichte kennt ihr auch alle von David und Bazeba. Und da finden wir dann im Psalm 32, im Vers 3, ab Vers 3 auch etwas, was David sagt. Und zwar, da sagt er folgendes. Ja, also im Alten Testament haben wir schon ein Beispiel dafür, was im 1. Johannes 1, 8 und 9 steht. Hier sagt David klar und deutlich, er schwieg am Anfang. Er gab seine Sünde nicht zu. Und ich meine, ihr kennt die Geschichte. Was hat er gemacht? Er hat Ehebruch begangen, er hat Mord begangen und hat versucht, die ganze Sache zu verheimlichen, zu vertuschen. Und das Ergebnis davon war, dass Gottes Hand auf ihm lastete. Also definitiv. Er hat sich selbst betrogen. Und dann sagt er aber, so tat ich dir kund meine Sünde. Ja, ich bekannte, oder die Betretungen habe ich dir bekannt. Und dann hast du mir die Schuld und meine Sünde vergeben. Also David praktiziert hier genau das, was im 1. Johannes 1, 8 und 9 beschrieben wird. Okay, so viel dazu. Es ist heute ein kürzeres Video. Aber worum es geht ist, dass wir schauen, wenn wir manchmal Aussagen in der Bibel haben, die schwerer zu verstehen sind, dann ist es mal wieder sehr wichtig, den Kontext zu beachten und zu schauen, ob es eine Lösung im Text gibt. Ja, ob es das Gegenteil oder die Auflösung des Problems, was vorher geschildert wurde, genannt wird. Und das haben wir hier. Die Sünde nicht zu bekennen und die Sünde zu bekennen. Das steht im Kontrast. Okay, ich hoffe, das hilft euch. Und ich wünsche euch viel Segen beim Bibellesen, beim Bibelstudium. Ich will euch ermutigen, mehr zu lesen, euch tiefer in die Bibel hineinzugraben. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne posten. Oder die, die meine Kontaktdaten haben, können mich gerne anschreiben. Ich wünsche euch viel Segen und wir sehen uns und hören, nein, nicht sehen uns, aber wir hören uns demnächst. Ich wünsche euch viel Segen beim Bibellesen.